Hallo, heute besprechen wir die Industriemeisterbasisqualifikationsprüfung aus dem Fach NTG, Frühjahr 2013 und besprechen wollen wir die Aufgabe 1. Die Aufgabe 1 befasst sich mit der Korrosion von Stahl und gegeben sind uns zwei verschiedene Schichtsysteme. In der Skizze, die gegeben ist, haben wir zwei Variationen. Das eine Mal haben wir eine Eisenschicht, FE. Auf dieser Eisenschicht ist aufgebracht worden eine Zinkschicht. Wir haben ein Schichtsystem, ein zweites. Wieder handelt es sich um Eisen. Die aufgetragene Schicht ist diesmal Nickel, Ni und zu diesen verschiedenen Korrosionssystemen werden uns Fragen gestellt. Also, gegeben, siehe Skizze, gesucht, beschreibe.